Nein, jetzt darfst du jetzt? Ah. Huch. Okay, ähm, wir brauchen nochmal Carpenter. Ich weiß nicht, ob 20 reichen. Holla. Aber doch, ja. Ach. Ist das eine ätzende Aussicht. Ähm. Hm, ich weiß nicht, ob das genau falsch rum. Genau. So. Okay, wir haben unser Dach. Ist auch gar nicht wirr oder so. Okay. Okay. So. Hier noch zwei rein. Dann haben wir es hier drinnen auch. So. Und jetzt habe ich kein Ding nach unten. Deswegen teleportiere ich mich kurz raus. Vielleicht hätte ich es doch bei da unten belasten sollen. Das sieht jetzt irgendwie... Das sieht irgendwie komisch aus, dass das hier ist. Ich glaube, ich baue das oben nochmal ab. Ich glaube, ich baue das oben nochmal ab. Das sieht komisch aus. Okay. So. 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 Das hier alles. Ähm, so. Die kann ich jetzt nicht mehr hernehmen. Okay. Dann würde ich hier nämlich die Slaps hinmachen. Ach Gott. Wenn ich mal dran denken würde. Moment. Hm, nee. Äh. Ich musste kurz lauschen. Zack. Jetzt kann ich doch eigentlich mit dem wieder... Jawohl. Nein, das war falsch. Der hat jetzt alle eins runtergesetzt. Bei euch hast du dich. Was bist du denn für ein Arsch? Jetzt hat. Gut, ich habe immer noch keinen Ausgang. So, jetzt muss ich was gucken. Okay. Okay. Ach, leck mich so halt zum Arsch. weg. Ich habe keine Slips mehr. Ich weiß nicht, ob ihr schon ahnt, was ich vorhabe. Ich habe Bullshit vor. Wollte ich das nicht weismachen? Irgendwie bin ich heute nicht so gut. Okay, nochmal zurück. Ich bräuchte vielleicht auch mal wieder eine Axt. Die wäre auch noch ganz hilfreich. Vor allem würde das ein bisschen schneller gehen. So. Ähm. Genau. Die brauche ich. Und zwar hier ist hier die Mitte. Jetzt habe ich schon keine mehr. Hoch. Hoch. Was ist denn mein Mama da? So. Das muss ich dann wirklich spitzeln. Wenn ich das da hinten gemacht habe. Ich will diesen Aufsatz, den wir hier ganz oben haben, da drüben auch gern. so. Okay. So. Also. Das unterste ist jetzt bei uns kein Plank natürlich. Schnelle die Tastatur wegschieben. Das unterste ist bei uns jetzt natürlich kein Plank, sondern ein Slap. Ähm. Aber dann ist das ja unser eigenes. Ne. Das ist jetzt unser undurstes. Ne. Ich kann halt eh nur Slaps drauf machen. Okay. Wir haben hier Slap. 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 Dann kommt hier ein Slap drauf. Da kommt der Zaun dran. Hier kommen zwei Slaps drauf. Und ein Zaun. Das geht nicht. Okay. Das mit dem Zaun lassen wir weg. Weil ich halt eben mit Slaps anfange. Oder ich mach es halt doch eins höher. Dass ich sozusagen mit zweifach Steinen anfangen. Warte. Eins, zwei, drei. Vier. Dann steht hier der Zaun drauf. Dann kommt hier ein Slap. Hier ein ganzer. Dann steht hier nochmal ein Zaun drauf. Der Zaun geht aber nur bis hier. Hier. Genau. Hier kommen zwei große. Dann kommt da nochmal ein Slap drauf. Dann kommt hier ein Slap. Und hier ein Slap. Da nochmal ein Slap. Da nochmal ein Slap. Und hier nochmal ein Slap. Genau. Und dann auf dem Zaun kommt noch einer drauf. Hier kommt ein ganzer. Und hier kommen dann wieder Slaps. Slaps. Meine Güte. Ob ich das verstehe. So. Ähm. Nein. Fliegt doch wieder. Das heißt wir machen das hier oben. Ähm. 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 Dankeschön. So. Ähm. Genau. Jetzt haben wir hier den Marble. Eins zu drei. Da kommt ein Slap drauf. Da kommt wieder ein ganzer drauf. Da kommt ein ganzer. Mit Slap. Dann kommt hier oben Slap. Hier Slap. Hier Slap. Genau. Das gleiche nochmal hier drüben. Zack. 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 Okay. Ich brauche einen Zaun. So. Genau. Hier sind die. Hier sind die ganzen. Dann kommt hier einmal Zaun hin. Und hier hoch. Und hier kommt einmal Zaun hin. Genau. Hier sind zwei ganz übereinander. Auf den Zaun. Kommt der hier und hier. Und auf den Zaun kommt auch nochmal Slaps. Hier kommt dann ein ganzer hin. Und hier geht's dann. Äh. Ach kacke. Ich hab die falsch gemacht. Denk ich mir doch grad immer stimmt da nicht. Hallo. So. So. Oh. Ich hab es dir geblieben. Es ist ein ganzer hin. Ich hab es dir geblieben. Und hier. Und hier. So. Oh. 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 Okay. Hey. Oh. 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 Ähm, ich habe keine Slaps mehr. Äh, Hülle. Ich brauche wieder Marble. Ich habe auch übrigens keine Ahnung, ob das gut aussieht, was ich vorhabe. Das war jetzt gerade nur so eine spontane Idee. Ähm, da müssen wir hin. Können wir mal gucken. Können wir mal gucken? Naja, ich weiß ja nicht so. Sagen wir mal, ähm. Genau, das ist 3. Dann kommen hier 2, 2 drauf. 2 Ganze. Hier haben wir 2 Ganze. Und noch ein Slap. 2 Ganze, noch ein Slap. Hier einen. hier einen hier noch einen drauf und dann hier oben noch einen genau 1, 2, 3 da kommt noch eins drauf so, hier zwei ganze, hier noch einen hier noch einen hier noch einen und hier noch, ne? nein die kommen weg da noch einen drauf und hier da noch einen dran genau na, lass mich halt runter das ist halt blöd, weil sich das hier schneidet das ist halt Hier kommen ja die drauf. Genau, wir kommen hier. Ach, das ist der normale Minecraft-Fens, merke ich gerade. Da ist der Carpenters-Fens. Ja. 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 Okay. Ich weiß ja nicht so, ne? Ich weiß nicht so richtig, ob ich das hübsch finde, aber ich glaube nicht. Ne, ich glaube, ich finde das nicht hübsch. Hoppala. Weil das halt da hinten so scheiße rausgeht. Vielleicht, wenn ich das da vorne weg mache. Aber dann habe ich halt hier dieses, was da so vorsteht, ne? Dass ich heute nicht nach unten... Ich bin ja nicht so dumm dazu, nach unten zu fliegen. Ich mache mal kurz den Zaun noch, weil es... Der nervt mich jetzt. So.